Ich würde dir aber den hier empfehlen, wo ich draufstehe. Der ist nämlich extrem schneller. Wie du siehst. Nein, überhaupt nicht. Brauchst du noch irgendwas? Ich gucke gerade. Brauche ich alles dafür? Eisenbahn? Nein, das kann ich mal selbst machen. Doch, ein Generator. Batterien. Ach man, ich würde gerne eigentlich losziehen. Das wollte ich eben gerade schon machen. Was denn? Na, ich müsste nochmal losgehen auf die Suche nach Kupfer. Auf die Suche nach Kupfer gehen. Naja, Kupfer kann man nicht machen. Ich kann die ganzen Sachen nicht mal craften. Ja, für die NFSU brauchst du... Ich kann nicht mal die Ventilatoren. Ah, ich habe Kupfer gefunden. Weil ich dafür ewig viel Kupfer brauche für die Copperplates. Weißt du? Mhm, dann mach. Das geht mir gerade so ein bisschen. Ja, ich habe da auch... Ich gehe auf die Suche nach Kupfer. Die findet man nicht so in den tiefen Ebenen, sondern eher so in den Höhleneingängen und so weiter. Überall. Da solltest du relativ schnell relativ viel haben. Diamond World und so weiter. Von daher... Kannst du das auch immer noch dann machen. Also ich bin jetzt sowieso erstmal noch... ...bestimmt... ...viel Stunden, 30 Minuten oder irgendwas dazwischen unterwegs. Ach, ich bin jetzt hier... Ja. Weil das wird schon wieder dunkel. Ich weiß. Ich habe immer noch keine Gelegenheit mich irgendwo hinzulegen. Dann... Angst, dass ich von Creepern gestalkt werde. Hm. Okay, wollen wir schlafen gehen? Okay. Ha! Wird draußen sogar. Hervorragend. Gut, dann können wir jetzt schweigend wieder losziehen. Ja. Da gehe ich mir am besten rein, in welche Höhle. Sollte ich mal eine neue... Ich würde sagen, such dir... Ja. Wollte ich gerade sagen. Weil die, wo wir jetzt... ...die bei uns so ein Haus ist, die ist schon relativ ausgeluscht, du bist ja. Ja. Denke ich auch. Okay. 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 Palim, Palim, Palim... So. Du wärst da. Ja, weiß ich noch nicht. Kennst du bestimmt den Sketch, bin ich mir sicher. Nein. Doch. Palim, Palim. Kennst du? Nein, kenne ich nicht. Nein! Nein! Natürlich nicht. Ich werde gerade ein Monster mal gucken, wer mich zuerst hat für das Monster. Wo ist es? Ich kenne aber den Sketch nicht. Wo ist denn der Schwachmatz? So, jetzt gehe ich mal los hier auf die Suche. Auf der Suche. Nach dem Heiligen Gral. Er ist halt zum Heulen. Ach, guck mal hier. Wie hab ich damals... Wer hat denn das gemacht? Ich? Kacke. Ich erinnere mich gar nicht mehr. Ähm... Ja, was suchen wir jetzt? Kupfer auf jeden Fall. Juh. Suchst du dann auch gleich mit? Ja, ich suche auch gleich mit. Ich baue nur noch kurz mein Jetpack mit Helm zusammen. Fertig. Wie weit bist du denn? Ich bin fast fertig. Wenn du gerade Spaß am Craften hast, kann ich hier noch eine Sache sagen. Nein, ich habe keinen Spaß am Craften. Nein. Ich mache das nur zum Zwang. Ich finde es aber total cool, dass du es überhaupt machst. Immerhin. Ja. Es ist überall Zeugs raussuchen, Primelei und dann irgendwelche Rezepte zusammen kloppen. Ich sage dir gleich, wo ich bin dann, wenn ich eine Stelle gefunden habe, die gut ist. Und dann kommst du kurz hingeflogen. Du musst aber da noch aufladen dann, ne? Mich verjessen. Oh, jetzt habe ich schon wieder was. Okay, also es könnte auch noch länger dauern. Ich unterbreche das Craft. Was hast du denn noch verplant? Hm, ich habe vergessen, dass ich vorher noch mal den Generator bauen muss. So ein Eisen in den Ofen auch noch. Wurde ja zu lange dauern. Geht doch schnell. Nein, geht doch super. Fix. Okay, dann mache ich es jetzt eben. Mach mal schnell fertig und gut. Ja, mach mal schnell fertig. Das ist eine feste Aussage. Wie lange haben wir... SP, wie lange haben wir letztes Mal für zwei Stück gebraucht? Keine Ahnung, aber wir haben es ja zusammen gehabt. Aber trotzdem, wir haben ja auch vorher einfach was anderes gemacht. Nein, wir haben es nicht zusammen gemacht. Du hast... Die Elm hast du alleine gemacht. Ich habe die Ausrüstung gemacht. Schwerter und so. Naja, trotzdem haben wir gedauert, bis wir überhaupt mal irgendwann fertig waren. Für zwei Zinn. Naja, weil wir davor... Die ganze Zeit... Äh, was anderes gemacht haben. Ja, was willst du denn jetzt vergleichen? Wir machen das dauerhaft und äh... Naja, brauchst du mir jetzt im Vergleich mal so... Was das auf Dauer bringt, sich damit zu beschäftigen. Cool. Aber kriege ich denn jetzt auf die schnelle Tin... Äh, also Zinn her? Oder kommt das automatisch irgendwann? Gibt's doch einfach mal einen Tin. Naja, hier steht ja, you are missing zwei Zinn. Um was zu machen? Sonst ging's immer. Manchmal stand's ja schon da. Naja, aber ich will mir so eine Re-Batterie machen. Dann gib mal, gib mal bitte ein, ob du Zinn findest, ob da vielleicht noch... Ähm... Das sind zwei. Und ein Tindast. Tindast ist auch drinnen, ne? Wie viel? 14. Dann pack mal den Tindast in den Ofen. Da ist dieser große, gute Ofen. In den großen, gutaussehenden Ofen. Ja, der mit den zwei Slots. Der groß gepreisenden, gutaussehend ist. Ja, die ganze Zeit gleich. Okay, okay. Und dann hast du relativ... Dann hast du relativ schnell sowas. In den Superofen. Mhm. Und wenn das fertig ist, kannst du das auch gerne ins System wieder einsortieren. In die eine Kiste auf der anderen Seite. In den Superofen. Und dann craftet der das auch alleine. Was du da brauchst. Deutscher Superofen. Ja, das ist er. Hoffentlich. Der heißt Induction-Firmist. Oh, 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 oh. Dann, dann nicht. Hier ist er. Super. Bam. Bam. Voll die flache Ebene hier. Das kotzt mich total an. Hier ist keine Höhle oder so. Was soll denn der Mist? Oh man. Ich wollte jetzt nicht in die Weltgeschichte reisen. Nur mal so eine verkackte Höhle zu finden. Nervt mich jetzt. Aber wir hatten ja schon mal so eine große Höhle in der Wüste gesehen, oder? Hm, ja. Wir hatten auch letzte Aufnahme in der Höhle. Oh, guck mal. Da haben wir sämtliches... Haben wir sämtliches Kopper ignoriert. Sag mal, bei so einem... Bei diesen, äh... Dimension doors. Wenn man da jetzt eine Holztür hinbauen würde, dann würde das doch eigentlich halten, oder? Kann sein. Sollte eigentlich. War das nicht so gewesen? Gut, ich müsste jetzt Holz haben. Habe ich nicht, aber ist egal. Ich geh mal hier durch. Ich finde ja, dass mein Haus hier von allen am schönsten ist, ne? Dein Haus? Ja, mein Haus. Zumindest mein zweites. Egal aus. Dein erstes war auch schön gewesen. Ja, es war schön, aber es ist noch nicht fertig. Aber ich weiß noch nicht, was ich in den oberen Stockwerken dann reinkloppen soll, wenn ich's dann fertigstellen würde. Sieht alles so, so... Das kann ich dir auch nicht sagen. So. Weit. Doch. Ich werde jetzt hier grad mal ein bisschen gucken. Vielleicht kann man so eine normale Tür craften hier irgendwie. Das wäre ja auch interessant. Ich hab keinen Plan, ob das geht. Was mach ich denn hier eigentlich? Nur vertippen. Mann! Haben wir jetzt mal irgendwelche anderen Themen? Themen? Na, überleg dir doch eins. Na, keine Ahnung. Dieses Zug und Glück. Wir hatten ja letztes Mal drüber gesprochen gehabt. Es gab ein Zug und Glück. Nein, wo? In Spanien, oder? Nein, sag jetzt mal wirklich. Es gab in Spanien eins. Und hast... Ich hab jetzt mal nachgelesen gehabt, aber wir hatten jetzt mal überlegt, was die Ursache gewesen sein könnte dafür. Am nächsten Tag war da ein Artikel über in der Watz. Hab ich auch nicht gelesen. Ach, das ist natürlich sehr toll. Danke für diese sehr, sehr wertvolle Information. Ähm, die Zugführer sind zu schnell in die... Ja, reingefahren. War das das, wo der irgendwie so dreimal zu schnell war oder so'n Scheiß? Ja, ja. Also, ich glaub 90 Kilometer pro Stunde... Hab ich auch schon mal aufgesucht. Ne, nicht dreimal, aber... 90 war wohl erlaubt gewesen. Und die sind mit, ähm... Ich glaub 180 oder 190 oder sowas sind die. Oh ja, ist ein bisschen, als ob er zu schnell. Sind die reingebrettert, ey. Eine Kurve oder was? Ja, eine Kurve. Wollen wir auch die Idee, da so schnell zu fahren? Die haben auch zugegeben, dass sie schon so schnell gefahren sind. Aber noch was unklar, warum... Also, dass die zu schnell waren. Ob die jetzt nun, weiß ich nicht, Probleme mit der Bremse hatten oder mit der, weiß ich was. Weile. Dazu konnten sie wohl noch nicht irgendwie... Naja, keine Ahnung. Aber ist schon krass. Irgendwie sind ja... Wie viele sind sie gestorben? Irgendwie in die 70 Leute oder so, ne? 77 oder... Ja, so viele? Ja, ja. Also als... Oder 170? Ich weiß es gar nicht. So viele? Ja, ja. Es ist also... Der Hauptteil, glaub ich... Soweit ich weiß... Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber... Soweit ich weiß, ist, äh... Der größte Teil der Leute gestorben, die da im Zug waren. Okay, also als... Da ist ja sogar... Ein... Ein Waggon ist ja 15 Meter oder so weit geschleudert worden. Er hat geschleudert worden. Okay. Über so eine... Mauer auf. Also als ich... Da ja vorgelesen hatte, aus dem Bericht stand ja noch nicht so viel darüber. Da waren es auch erst, glaub ich, an die 30 Torte. Ja, was schon krass genug ist. Aber ne, ne, ne. Es waren echt viele, also... Okay. So, hab jetzt ne... Ich hab jetzt meinen... Meinen lustigen Helm hab ich fertig. Ich hoffe, es ist der richtige. Okay. Bläs mal. Bläs mal aus. Kann ich wieder fliegen? Yeah, ich kann fliegen. Ach, Männer. Das kannst du an sich auch ohne Helm. Das kannst du an sich auch ohne Helm. Das ist Kupfer, na endlich. Nein, ich hab ja keine Energie dran gepumpt. Deswegen geht's jetzt erst mit Helm. Nein, du hättest ihn auch in der Bedbox aufladen können. Naja, hab ich ja nicht gemacht. Hm. Oh. Ich hab mein Helm nie wieder, mein neben mir. Ich glaub, ich geh gleich nochmal auf... What's.de... Oder es ist die deutsche Zeitung... D oder... What's.de... Keine Ahnung. Guck nach irgendwelchen Themen. Schade, dass man mit diesem Helm nicht schneller fliegen kann, als laufen. Wenn man fliegt generell schneller als man läuft. Naja, das ist es ja un... Es kommt mir zumindest nicht so wirklich vor, als ob man schneller ist. Bevor du abhebst musst du sprinten. Ja, mach ich ja. Ich mein, dann ist man... So schnell, als würde man sprinten. Aber man... Im Grunde nur... Und dabei musst du im Cover-Mode fliegen und die ganze Zeit... Nein! Nein! Wo bin ich? Oh mein Gott. Ich glaub, ich bin ein Mob-Spawner. Fuck! Ich bin so tot! Nein! 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 Oh, warum war das Loch? Wie viel bin ich da reingeglitscht? Was zur Hölle? Was war das jetzt gewesen? Entschuldigung. Ich hab jetzt erstmal aufgeregt zugehört, aber... Nein! 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 In was bist du reingesprungen? Keine Ahnung, da war urplötzlich ein Loch. Da bin ich aus Versehen. Keine Ahnung, ich hab's nicht gesehen. Von wo denn? Diesmal muss ich mich herausfinden. Ich weiß nicht. Diesmal weiß ich... Ach, war das das aus der dicken fetten Monsterfalle obendrauf, oder was? Ja, glaub schon. Scheiße. Nein! Es ist ein Loch noch nicht zu, was da war. Nein! Alter, du hast doch einen Jetpack, aber warum bist du nicht geflogen? Weil's doch nicht voll aufgeladen war. Man... Selbst wenn nicht, du hast doch den Helm gehabt. Ja, aber nicht wenn er... Naja, und in der Höhle hat man dann kein Licht mehr. Naja... Das ist ja die Scheiße. Ich hatte fünf Sekunden, um zu überlegen, was ich mache. In den fünf Sekunden hat man kein Plan, was man machen soll. Mann, scheiße, ey. Alter, wie willst du... Wie lange habe ich jetzt... Wie willst du an diesem... Scheiße, egal ob's weggeflogen ist, wie willst du an den Mobspawner nochmal rankommen? Also... Wer geht denn da freiwillig rein? Keine Ahnung. Kann sich ich, aber... Ja, komm. Mit Schwertern oder so weiter geh ich da gerne... Warum ist da ein Loch? Ich bin aus Versehen wie auch immer reingefallen. Wie... Mann, das ist voll scheiße. Nein! Wie lange habe ich jetzt an dem Ding gearbeitet? Wie schön, dass du bei uns mitmachst. Das ist so behindert. Mein Lebenswerk ist ruiniert. Ja, in der Tat. Ey, ich habe noch nie so lange für zwei Items gebraucht. Und jetzt gehen die alle drei von 15 Sekunden flöten. Das ist doch scheiße. Ja, es ist jetzt tatsächlich nicht der Lob, das Ergebnis, was wir jetzt hätte jetzt erzielen sollen. Tackett macht Spaß. Tackett macht Spaß. Mann, scheiße. Tackett macht auch Spaß. Gerade jetzt macht's großen Spaß. Das ist so behindert. Ja. Ich will Jetpack. Und ein Helm. Alter, ich kenne, das ist so eine Schweinerei, das irgendwie nachzucraften. Überhaupt. Und jetzt... Boah. Also mich an deiner Stelle würdest du total ärgern. Ich heule doch schon. Scheiße, nee, ey. Mach ich einmal eine Aufnahme mit, passiert so ein Scheiß. Jetzt kommt der Vorwurf. Warum hast du unsere ganzen Sachen vernichtet, ja? Aber andersrum, wir kennen die Problematiken auch von. Also Marvko, hier ist noch das Loch. Es sind auch ein paar Sachen drin, hoffentlich. Okay, ja, also ich muss... Ach, du bist wieder da, ja? Ja, ich bin wieder da. Nur die Sache ist, ich kann da nicht runter. Nein, ich meine Niklas. Achso, ja. Nein, ich muss dich grad enttäuschen. Ich bin leider noch 13.000 Blöcke von unserem Haus entfernt. Okay, dann bleib ich in der Nähe. Warte mal, ich werf das Hühnchen mit runter. Vielleicht kannst du ablenken. Du, dir soll das gleich ja gehen wie mir. Scheiße, ey. Voll schwer so ein Hühnchen dort reinzuschubsen. Weigert sich. Ich könnte ja versuchen, aber ich... Oh. Ich glaube halt einfach... Ja, du hast ne mega Rüstung. Du schaffst das schon. Ne mega Rüstung, ja? Allein mit dem Sechleck und Co. Ja, ich hab's runtergebrochen. Ich hab dreieinhalb... Dreieinhalb Rüstung. Reicht doch aus. Los, Hühnchen. Berge ist für mich. Am Arsch reicht das aus. Okay, das Hühnchen ist jetzt unten bei den Zombies. Das freut sich. Ich überlege jetzt echt, ob ich dir da helfen soll. Bitte, bitte. Ah, ich flieg ja schnell in deine Richtung. Aber ich bin auch über 1000 Blöcke entfernt. Ich glaube bis dahin ist es wieder despawned. Nee, glaube ich nicht. Noch sind die Energiekügelchen da. Also Erfahrungskügelchen. Ich hab grad Kupfer gefunden. Muss ich erst mal abbauen. Da ran liegt, wenn du genau 5 Sekunden zu spät kommst. Wenn du schon siehst, wenn du nach unten gehst und es dann urplötzlich weg ist. Aber Kupfer. Oder dein Inventar ist voll, das wäre ja auch noch was. Das Flying ist auf einem Amel-Sami-Server mitten auf dem Ozean. Wollt ihr mich verarschen? Ja, zum Glück hab ich noch ein Boot mit.